Und ich sage herzlich Willkommen zurück. Du bist zu zwielichtig wie ein Rübenkeller. Ah ja. Äh. Mordor von Kleinweg, Schatzsuche. Wir hatten auch noch Kabarett. Naja. Ah ja genau hier. Warte bis abends Kleinold Bond eingreift. Lauf, Plätze. Ach, Plätze. Ich war jetzt am Wochenende in so einer Tierzucht. Nee. In so einem Tierland Heim. Keine Ahnung. Was ist denn? In Tierland Heim. Keine Ahnung. XO11 Clan. XO11 Clan. Ziegen! Oh genau, da habe ich Ziegen und Schweine. Ein Hexer! Haben die Dörfler dich angeheuert? Wie immer deine Pläne aussehen, du musst sie ändern. Ich lasse nicht zu, dass du diesen Leuten was antust. Ich bin nicht hier, um jemandem was anzutun. Außer diesem Halunken Bertrand. Er kam vor einem halben Jahr ungerufen zu mir, sagte er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Anteil der Beute natürlich. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Aber er plündert dann trotzdem noch. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde. Sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Aha. Ah! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk Denen hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Wehrwolf ist. Äh, wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Tilgron, ernsthaft? Boah, die sind ein Wehrwolf. Interessant. Also die Quest war unscheinbar. Die sehen auch alle so... Nein! 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 Ziegen sind eben zu Opfer gefallen. Verdammt! Haha! Oder wahrscheinlich eher sogar uns mehr oder weniger. Das ist Pech. Cabaret! Eine schwarze Perle. Ruhe Einsätze. Jetzt oder nie. Drifte ich mit Riss. Hm. Hm. Ich muss kurz was gucken. Ein Händler. Da oben ist ein Händler. Gewinne Pferde rennen um deine Pferde besser ausführen zu verschaffen. Zuverschaffen. Immer. Heute sind hier los. Noch mehr Treib gelassen. Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, da hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden einzelnen fangen und auf den Schalterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du drei reine Seelen als Bürden. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem! Auf deinen Posten! Du, du? Nee. Kann er nicht sagen. Grüße von Sigi Reuven. Achso. Ich bin alles so leid. Ich hab dich im Blick. Jaja. Immer. Liebste Lilly. Ja. Ja. Du würdest einen guten Seemann anbieten. Das ewige Feuer mag uns beschützen. Aber ein Hexer. Hallo. Hier ist der Kaufmann. Hallo. Die Besten. Ja, ja. Nicht drängeln. Äh. Sehr gut. Zeit. Nicht drängeln. Ja. 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 Wenn das Regen aufsieht, hab ich in den Knochen gespürt. Ah, hier ist richtig die Kacke am Dampfen, würde ich sagen. Jetzt bin ich natürlich unsicher. Wollen wir, dass Triss da bleibt? Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Nö. Hat sie hier gesehen? Vielleicht hat er gelogen. Er hat gelogen, als ich ihn der erste Kino eingebaut habe. Aber ich hab ihm voraus gezahlt. Für den ganzen Monat. Das stimmt. Aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer. Und das treibt den Preis hoch. Ich hab kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Was? Her mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg. Sonst schneid ich sie ab. Geralt. Das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Sie sind ein Risiko eingegangen. Ja. Zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novi gerade Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Das ist in der Wort. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Das ist sogar der ideale Zeitpunkt für eine Moraldebatte. Fangen wir damit an, der Selbstaufopferung Grenzen zu setzen. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du weh sie mir im Stich lassen? Eskel? Lambert? Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Schalterhaufen. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Nobby gerade Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Hm. Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Diesmal entscheide ich mich dafür, die beiden im Stich zu lassen. Du kannst nicht alles und jeden wegen zwei Leuten riskieren. Das wäre unklug und unmoralisch. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Gut. Gehen wir zum Eisvogel. Das ist sie! Schnapp die Hure! Lebendig! Tja! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Mist! Es ist ja unfällig, sich da hin zu hocken. Unauffällig, unfällig vor ihm. Gut. Sie sind weg. Komm! Ja! Warte! Warte! Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Triss! Militäle sei Dank! Ist jemand vom Versteck in Silberstein hier? Odette, Caspar, Dietmar und Janne. Hagen? Er... Er wird nicht kommen. Nun? Na dann... Geh voran. Schnell! Bevor jemand reinkommt! Schnell! Aha! Triss, wir haben uns Sorgen gemacht. Hattet auch einen Grund dazu. Jäger haben mich verfolgt. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Covier? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich. Mitleidiges Herz und so. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendein. Ich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Covier zu haben. Besonders unter König Tankrets Gefolgschaft. Psst. Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Musik ist überhaupt nicht laut. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Covier uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Lust sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde. Mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja. Auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radumids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen. Ihn das töten gelehrt. Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich geh jetzt in die Kanalisation. Ich geb euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab. Egal was passiert. Ich geh mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Ich hoffe auch. Bei leiserer Musik. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Und... Wie es weitergeht... Das geht in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und Ciao.